so blüpp 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 hallo und willkommen zurück bei roach legacy wir gehen in das nächste schloss und haben uns ein bisschen ausgestattet wir sind eigentlich, ich bin mal den dash ausgesucht ah cool wirklich cool könnte man einiges mit erreichen ach ok aber töten kann er nicht das musste ich ganz schmerzhafter rausfahren also was ist denn das hier hier komme ich aber nicht lang da unten kommt mich gar nicht lang nach unten bin ich ja da ran her ran so ruhe bitch ich hab jetzt gar nicht geguckt wir gehen erstmal da weiter ja das ist eine gute Idee ö ö ö das ist keine gute Idee ich kann das auch so cool blitschen wir erstmal ein bisschen rum blitschen wir erstmal ja wie geil ich weiß schon wofür er dafür ist keine Angst ich weiß nicht aber gebildet naja renk geh weg das war doof natürlich ein aber naja ich muss ja alles ausprobieren so komm blitschen wir über den boden ich finde das gerade so geil da komme ich nicht so hoch ja yolo so mischt er auch gar nicht ok jetzt war ich aber ja das ist eine Wahrnehmungstrügung so da drüben ist gar nichts oben ist der boss oh 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 erstmal alles zerstören können wir den können es versuchen ich will ja einmal dieses Auge irgendwann zerstören und eigentlich sind wir jetzt so riesig hmm ja ja komm ich weiß was hier der Gatekeeper ist oh 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 komm schon nee oh oh , komm, komm, komm. du bist doch nur ein Auge noch ach das ist nicht ... coole Sache so cool wie es eben Nein, jetzt hab ich wieder aufgepasst. Wie doof ist das denn? Ja, toll. Jetzt hab ich nicht aufgepasst. Idiot. Ich hab mir ein bisschen Gold gesammelt. Ach, der Paladin. Dann brauchen wir den Paladin. Und upgraden wir den Mage. Nee, ist da Quatsch. Ich glaub, wir nehmen jetzt den Double Dash. Äh, den Double Sprung. Double Time. Ach, die kostet 600. Wann kostet die denn jetzt 600? Was macht die denn für Sachen? Hier haben wir schon alles. Dann gucken wir doch mal hier, ob wir hier noch was upgraden können. Ja, können wir. Können Wait oder Damage. Ich glaub, wir gehen immer auf Damage. Nee, wir gehen immer auf Damage. Ich glaub, wie machen wir der? 38. Na gut, das ist okay. Das ist ordentlich viel. Hm. Könnte. Rein da. Nur 20 Volt verloren. Dat geht ja noch. Dat geht ja noch. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich glaube, das macht viel Schaden. Ich glaube. Tatsache. Das wär natürlich, wenn wir wieder zu dem Auge hinkommen, wär das natürlich cool. Weil, dann gibt mir ne gewisse Chance. Sagen wir mal. Um so nicht gleich zu verkacken. Ja. Ja. Springt erst mal dagegen. Nee, sag mal. Was ist denn? Was wackelt, bitte? Bin... Bin noch nicht verrückt. Okay, das Bild wackelt. Ist natürlich auch nicht so schön. Oh, den haben wir. Mit einem mal Damage gekriegt. Das ist natürlich... Das geht, das geht, das geht. Bild. Ich diese Dinger auch hasse. Okay. Okay. Hallo. Äh. Wo kommt das Bild denn her? Komm her. Bild. Hallo. Na. Das ist unlogisch. Unlogisch. So. Oh, und das mit dem Feuerdingen ziert. Geht mir auch auf den Piss. Bild geht auch noch. Dann machen wir es so down. Bin ich schon Level 14? Da achte ich gar nicht so drauf. Hat auch nicht so viel Bedeutung in dem Spiel wie das Level. Also noch nicht. Äh. Erstmal so. Grundsätzlich so. Ah. Ja, dreh dich doch. Mann. Komm schon. So. Das da unten lasse ich jetzt einfach mal aus. Nee, Quatsch. Dann muss ich ja sowieso beurteilen. Okay, dann lasse ich mir draußen vor. Noch ein bisschen Gold. Ich bring doch, äh, jetzt da lang. Jetzt muss ich doch mal ein paar Ligabdiener werfen. Nehmen wir mit. Dagger. Oh, Spellpound. Dagger? Wird es so ausgesprochen? Ich weiß es gar nicht. Ja, hier sind die Späre aktiv. Die gieren auf dem Geld. Sie treiben mich. Ich finde die Animationen auch so cool. Zum Beispiel, wenn die so, ähm, zerplatzen. Ich nenne es jetzt mal zerplatzen. Oh. Wieso? Dann, dann, das sieht ja wirklich so richtig realistisch aus. Weißt du? Darf ich noch genau drauf? Also irgendwie, ich glaube ich mache das mit Absicht. Wo muss ich denn gelangen? Im Prinzip geht es hier oben zum Boss. Dann lasse ich die hier alle mal außen vor. Die zum Boss halt die Scheiße. Alter, man kann es aber auch strecken. Wieso haben wir denn hier keinen Schaden bekommen? Da sind 500 Millionen von diesen Dingern. Da geht es nicht weiter. Ich muss hier weiter, glaube ich. Äh, ja, klickt nur damit, dass es fehlt. Das ist mir auch aufgefallen. Okay, äh, ich gehe weiter. Aha, das hätte ich vielleicht nicht mehr zuhören. Ich hätte vielleicht das Ding töten sollen. Nein, nein, aha. Na gut, immerhin geht. Okay, jetzt wäre es wohl nicht mehr so schlimm, wenn wir noch sterben. Nein. Okay. Wir sind gestorben. Aber wir haben gut ausgeteilt. Oh ja, oh ja, oh ja. Und wenn ich ein Ritter-Video als nächstes auswähne, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Roach Legacy. will mainstream. Ja, wir werde jetzt umères Trypack. Weil sie nicht mehr in体issä sein.